Heute geht es um die Körperverletzung nach 223 StGB und der Aufbau ist relativ simpel. Den kann man auch aus dem Gesetz ablesen, behaupte ich jetzt mal. Wir brauchen eine andere Person und diese Person muss körperlich misshandelt werden oder an der Gesundheit geschädigt werden. Natürlich, wenn wir das hier lesen, es muss eine Gesundheitsschädigung oder eine körperliche Misshandlung eintreten, dann ist das ein Erfolg, der eintreten muss und deswegen brauchen wir zwingenderweise auch noch die Kausalität und die objektive Zurechnung. Genau, und dann subjektiver Tatbestand, nichts Neues, Rechtswidrigkeit und Schuld. Bei der Rechtswidrigkeit schauen wir uns heute auch noch mal ganz kurz den 228 an, den ich auch schon in der Strafrecht-AT-Reihe besprochen hatte, aber das kann nicht schaden. Okay, schauen wir uns den wichtigsten Punkt an, die Tathandlung. Und hier müsst ihr diese beiden Definitionen wirklich kennen. Einmal die Definition der körperlichen Misshandlung. Das ist die Definition, so oder so ähnlich, sollte die bei euch lauten. Ich habe auch schon Definitionen gesehen, wo halt steht, die das körperliche Wohlbefinden erheblich beeinträchtigt. Also das ist auch möglich. Wichtig ist es hier, also ein Beispiel wäre der Schlag ins Gesicht. Das ist eine üble, unangemessene Behandlung und mein körperliches Wohlbefinden wird dann natürlich auch, ja, stark oder zumindest erheblich beeinträchtigt, weil das tut wohl weh, ein Schlag ins Gesicht. Und, ja, deswegen wäre das eine körperliche Misshandlung. Wichtig ist es hier, diese Bagatell-Schwelle. Die müsst ihr wirklich beachten. Also wenn irgendwie, äh, wenn das 10-jährige Kind, ah ne, ist noch gar nicht schuldfähig, äh, machen wir das 15-jährige Kind, obwohl, ja, ähm, machen wir, egal, machen wir einfach mal das 5-jährige Kind, das schlägt mir gegen mein Schienbein oder mein Oberschenkel. Ist auch egal. Das tut ein bisschen weh. Ja, okay. Aber das ist definitiv, oder mein körperliches Wohlbefinden wird definitiv nicht erheblich beeinträchtigt. Das tut vielleicht für 5 Sekunden weh oder so, aber vielleicht tut es auch gar nicht weh. Dementsprechend, da würde die Bagatell-Grenze nicht überschritten werden und das wäre dann keine körperliche Misshandlung. Natürlich würden wir dann auch auf einer späteren Stufe, nämlich der Schuld, auch noch rausfallen, weil das 5-jährige Kind nicht schuldfähig ist. Okay, und hier jetzt die zweite Definition, die der Gesundheitsschädigung. Und eine Gesundheitsschädigung liegt dann vor, wenn ein pathologischer Zustand hervorgerufen oder gesteigert wird und dieser pathologische Zustand kann körperlicher oder seelischer Art sein. Und das ist wichtig. Hier könnt ihr die Definition auch noch ergänzen, indem ihr auch wieder diese Bagatell-Grenze irgendwie reinschreibt in die Definition, weil diese Bagatell-Grenze gilt auch für die Gesundheitsschädigung. Ein Beispiel hier wäre, der Kommilitone K hat seit zwei Wochen nicht mehr geduscht und sitzt jetzt neben der A. Und die A leidet, natürlich, weil der stinkt mega, mega stark und jetzt ist das natürlich unangenehm für die A, aber das ist keine Gesundheitsschädigung, weil eine Bagatell-Grenze nicht überschritten wird. Bei dieser Gesundheitsschädigung, da bietet es sich an, wie folgt vorzugehen. Ihr müsst schauen, was ist denn der körperliche Normalzustand und dann wird von diesem körperlichen Normalzustand abgewichen. Also beispielsweise brechen, normalerweise breche ich nicht. Also normalerweise geht es mir gut, aber wenn irgendwie eine Person mit Alkohol irgendwie abgefüllt wird oder mit Drogen oder irgendwas anderem oder auch hier eine Aids-Erkrankung, das ist definitiv ein Abweichen vom körperlichen Normalzustand, weil normalerweise breche ich nicht oder normalerweise bei einer Aids-Erkrankung, da ist ja das ganze Immunsystem komplett geschwächt, auch permanent. Und deswegen ist das natürlich eine Abweichung vom körperlichen Normalzustand und das wäre dann eine Gesundheitsschädigung. Okay, Gegenbeispiele. Der Frankfurter Taubenfall, in dem Frankfurter Taubenfall, da war irgendwie ein Bürger und der hat sich über die Justiz aufgeregt. Und dieser Bürger hat dann eine tote Taube genommen und hat den in den Fristenbriefkasten vom Amtsgericht gestopft. Also wirklich so schön, voller Flüssigkeiten, dann der Briefkasten, voller Blut, was auch immer. Und ja, der Beamte, der den dann entleert hat, der hat den entleert und hat natürlich Ekel und ja, Brechreize und was auch immer verspürt. Und das ist natürlich in diesem Fall so erheblich gewesen, dass man wohl eine Gesundheitsschädigung bejahen kann. Man kann es natürlich auch anders sehen, aber der BGH geht zumindest in der ständigen Rechtsprechung davon aus, wenn dieser Ekel somatisch objektivierbar ist. Also wenn man irgendwie was messen kann da und einen Brechreiz oder so, den kann man definitiv messen. Und das ist dann eine Gesundheitsschädigung. Ein weiteres Beispiel, das wurde vom Amtsgericht Erfurt entschieden, das Anblasen mit Zigarettenrauch und Spuckanteilen, auch das ist eine Gesundheitsschädigung nach dem Amtsgericht in Erfurt. Genau, hier gibt es auch nochmal dieses Video von dem Kilian Wegner, das ist eigentlich ganz witzig aufbereitet. Der geht auch nochmal auf diesen Frankfurter Taubenfall ein. Letzter Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, ist, dass man in der Klausur häufig beide Tathandlungen prüft. Also man prüft die körperliche Misshandlung, bejaht die auch möglicherweise, aber man prüft auch noch im zweiten Schritt, ob eine Gesundheitsschädigung vorliegt. Also man prüft beides. Das habe ich früher immer nicht so wirklich verstanden, weil im Gesetz steht ja drin, oder, also wenn man eine körperliche Misshandlung bejaht, dann ist die Tathandlung zu bejahen. Wieso sollte man dann noch die Gesundheitsschädigung prüfen? Aber auf der anderen Seite schreiben wir natürlich ein Gutachten. Und deswegen ist es wohl gang und gäbe, dass man beide Tathandlungen immer prüft, aber, ja, also ich würde beide prüfen, der Sicherheitshalber, und genau. Okay, dann subjektiver Tatbestand, ganz einfach. Wir brauchen einen ganz normalen Vorsatz. Hier wollte ich nur nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, dass wenn ein Tötungsvorsatz vorliegt, dann ist in diesem Tötungsvorsatz als Minus immer der Körperverletzungsvorsatz enthalten. Natürlich, weil wenn ich jemanden töten möchte, dann muss ich ihm auch wehtun irgendwie. Da habe ich immer einen Körperverletzungsvorsatz auch zu bejahen. Okay, damit kommen wir zu einer kleinen Übersicht. Wir haben den Grundtatbestand der Körperverletzung nach 223. Der 224, die gefährliche Körperverletzung, ist eine Qualifikation von dem 223. Der 226, die schwere Körperverletzung, ist eine Erfolgsqualifikation. Also da muss noch eine qualifizierende Folge zumindest fahrlässig eintreten. Und außerdem gibt es ja noch bei dem 226 den Absatz 2, der eine Qualifikation zu der Erfolgsqualifikation ist. Aber okay, schauen wir uns dann in einem späteren Video an. Und zuletzt noch die wohl wichtigste Erfolgsqualifikation. Das ist der 227. Den habe ich auch schon in meiner Strafrecht-AT-Reihe ziemlich ausführlich behandelt. Okay, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz die fahrlässige Körperverletzung hier zeigen. Bei der fahrlässigen Körperverletzung haben wir natürlich ein Fahrlässigkeitsdelikt. Und bei Fahrlässigkeitsdelikten gibt es natürlich keine Unterscheidung zwischen objektiven und subjektiven Tatbestand. Und eigentlich ist alles wie beim 223, nur dass ihr noch im Tatbestand eine objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit prüfen müsst. Ihr müsst natürlich keinen Vorsatz oder was ähnliches prüfen, weil ihr seid ja bei der fahrlässigen Körperverletzung. Okay, und bei der Schuld natürlich noch die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit. Perfekt, damit komme ich jetzt zu dem 228. Und bei dem 228, der ist noch eine zusätzliche Voraussetzung zu unserer normalen rechtfertigenden Einwilligung. Also normalerweise müsst ihr diese sechs Punkte nur prüfen und mehr nicht. Aber wenn es um eine Körperverletzung geht, dann kommt hier noch der siebte Punkt hinzu, nämlich die Sittenwidrigkeit der Körperverletzung. Und das folgt auch eigentlich perfekt aus dem Wortlaut, wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt. Also es muss eine Einwilligung vorliegen. Das heißt, diese Voraussetzungen, diese sechs Voraussetzungen müssen gegeben sein. Und jetzt sagt der 228, ja, aber neben diesen Voraussetzungen der Einwilligung muss zusätzlich keine Sittenwidrigkeit vorliegen. Oder wenn eine Sittenwidrigkeit vorliegt, dann ist die Einwilligung, ja, dann ist das trotzdem eine rechtswidrige Tat. Okay, damit kommen wir jetzt zu dem 228. Und hier bei dem 228 müsst ihr euch fragen, ja, wann ist denn die Körperverletzungstat trotz Einwilligung sittenwidrig? Und das ist dann der Fall. Oder wie beurteilt man das? An welchen Kriterien? Und hier müsst ihr insbesondere Art, Gewicht und Umfang der drohenden Verletzungen berücksichtigen. Das heißt, man kann auch beispielsweise Regelwerk oder unparteiische Personen noch heranziehen. Das heißt, wenn zwei Jungs sich verabreden, hey, um 22 Uhr unter der Brücke, da liefern wir uns einen Faustkampf und zusätzlich kommt dann noch der D als unparteiische Person hin, dann wird man wohl sagen müssen, ja, das ist nicht Sittenwidrig und damit nicht rechtswidrig, wenn der eine den anderen bewusstlos schlägt, beispielsweise. Okay. Okay. Wir schauen uns das aber auch gleich nochmal anhand eines Beispiels an. Der wohl wichtigste Punkt für die Klausur ist das Leben. Weil in einem solchen Fall T stellt dem O eine Mutprobe. T wird den O an den Elektrozaun bei der Bahn werfen. Dies ist lebensgefährlich. O willigt in die Mutprobe ein. In diesem Fall könnte man ja sagen, ja, der hat jetzt hier eingewilligt, der war auch nicht betrunken, da gab es keine Willensmängel oder sowas. Also die Einwilligung, alle Voraussetzungen sind eigentlich gegeben. Wir kommen zu der Sittenwidrigkeit. Und bei der Sittenwidrigkeit müsst ihr jetzt unbedingt in der Klausur den 216 hier anführen, weil aus dem 216 StGB, wo dann drin steht, selbst wenn ich sage, bitte, bitte, bitte töte mich und der andere tötet mich dann, ist der andere strafbar. Und hier folgt aus dem 216 also der absolute Lebensschutz des StGB. Das heißt, das StGB geht davon aus, dass man über das Leben nicht disponieren kann. Und deswegen folgt aus dem 216, dass eine Einwilligung in eine Körperverletzung dann sittenwidrig ist, wenn es irgendwie um Lebensgefahr geht. Also wenn man irgendwie in Lebensgefahr geraten kann, dann ist die Tat immer sittenwidrig, weil über das Leben kann nicht disponiert werden, siehe 216 StGB. Okay, ja genau, das könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, das habe ich aber auch schon im Strafrecht AT vorgelesen, wo dann drin steht, der Gesetzgeber soll nicht Moralapostel sein, sondern wenn ich sage, hey, du darfst mich schlagen, dann darfst du mich schlagen. Okay. Kommen wir zu einem kleinen Beispiel und das finde ich eigentlich ganz interessant. Hier haben zwei Männer sich verabredet, in den USA natürlich, und die haben eine schutzsichere Weste angezogen und haben sich dann angeschossen mit einer Pistole. Und natürlich immer auf die Weste. Also, ja, der A schießt auf den B mit seiner schutzsicheren Weste und dann schießt der B auf den A, der auch eine schutzsichere Weste hat. So. Und in diesem Fall nehmen wir einmal den Fall, dass die beiden nicht betrunken sind, weil hier stand jetzt drin, dass die, ja, zumindest was getrunken haben. Wir nehmen mal an, die sind nicht betrunken. Ist das in diesem Fall ein Fall des 228? Also, nehmen wir mal an, wenn mir jemand mit einem bestimmten Gewehr mich anschießt, auch wenn ich dann noch eine schutzsichere Weste habe, das spürt man definitiv. Es kommt natürlich auch auf die Pistole oder das Gewehr an, ja, mit dem man schießt. Aber jedenfalls spürt man das. Also, es liegt wohl eine körperliche Misshandlung vor, weil das auch wohl nicht unerheblich ist. Okay. So. Dann kommen wir zu der Rechtswidrigkeit. Und bei der Rechtswidrigkeit schauen wir, liegt hier eine Einwilligung vor. Ja, die Voraussetzungen sind alle gegeben, Verfügungsbefugnis, Einwilligungsfähigkeit ist hier gegeben, weil die nicht betrunken sind und so weiter und so weiter. Die Einwilligung liegt auch vor der Tat vor und die weiteren Voraussetzungen kennt ihr ja. Somit kommen wir dann zu der Sittenwidrigkeit. Und bei der Sittenwidrigkeit müssen wir auf der einen Seite sagen, ja, auf der einen Seite, wenn da was schief geht und man schießt nicht nur auf die Weste, sondern man verrutscht und plötzlich schießt man auf den Oberschenkel. Selbst ja, wenn man auf den Oberschenkel schießt, wisst ihr ja vielleicht, dass da gibt es irgendwie so einen fetten Muskel oder auch irgendwie eine fette Ader. Da kann man richtig schnell verbluten. Also selbst wenn ich verrutsche und dem anderen nur in den Oberschenkel schieße, kann das definitiv lebensgefährlich sein. Und das kann man ja jetzt dafür anführen, dass die Tat sittenwidrig ist, weil man kann in das Leben nicht, man kann nicht über das Leben disponieren, siehe 216 StGB. Auf der anderen Seite schießen die ja immer nur auf die Weste. Das heißt, ihr liegt eigentlich immer nur eine Körperverletzung vor, aber wie gesagt, es könnte was schief gehen. Wir haben auch keinen wirklichen Schiedsrichter oder einen Doktor irgendwie an der Seite, der irgendwie schnell helfen könnte. Wir haben auch kein Regelwerk oder wenn dann nur ein rudimentäres Regelwerk. Also ich schieße, schieße, dann schieße du. Ich schieße, dann schieße du. Und wir schießen uns immer nur auf die Weste. Okay, ja, vielleicht auch. Ja, man hat ein Regelwerk. Okay, gebe ich zu, man hat ein Regelwerk. Aber insgesamt würde ich wohl zu dem Ergebnis kommen, dass das hier sittenwidrig ist. Bei dem Fall 2, wo die betrunken sind, da würde ich schon bei der Einwilligungsfähigkeit rausfallen, weil die sind nicht in der Lage, Bedeutung und Tragweite ihres Rechtsgutsverzichts zu erkennen, sachgerecht zu erkennen und zu beurteilen. Und damit würde ich schon bei der Einwilligungsfähigkeit rausfallen. Okay, und das war es auch von dem heutigen Video schon. Ich wollte nur einmal, weil mich das persönlich interessiert hat, für welche Paragraphen gilt denn der 228 überhaupt. Und der 228 gilt nach dem Münchner Kommentar auch für den 224, also auch für die gefährliche Körperverletzung, auch für den 226, also auch für die schwere Körperverletzung. Und komischerweise, wie ich finde, sagt der, wahrscheinlich Professor, ich kenne den nicht, Professor Hartung, der sagt, auch noch der 227 ist von dem 228 umfasst. Das finde ich, ja, komisch etwas, weil beim 227, das ist ja die, 227 ist die Körperverletzung mit Todesfolge, also da geht es doch um, da geht es doch um das Leben und da kann man doch eigentlich nicht einwilligen, würde ich so sehen. Aber okay. Wichtig ist hier nochmal, vielleicht, oder wahrscheinlich wichtig ist es hier, zu sagen, dass der 229 und der 231, das ist diese Schlägerei und das ist die fahrlässige Körperverletzung, die sind vom 228 nicht umfasst und hier kann man die Systematik anführen, weil der 228 steht vor dem 229 und vor dem 231 und dementsprechend gilt der wohl nicht für diese Paragrafen. Okay, das war es dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen, ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren und ein Like da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.